Moin Moin, die heutige Fahrzeugvorstellung ist der Os Toro der SBB, der Schweizerischen Bundesbahn. Dieser Zug verfügt über ein Restaurant, eine Formellienzone, Steckdosen Schweiz und International, Mobilfunkverstärker, WLAN, elektrische Sitzplätze, Reservierungsanzeuge, Rollstuhl, Toilette, Wickeltüche, Fahrradstellplätze, Kinderwagenabstellplätze und Gepäckablage. Die SBB besitzt insgesamt 19 Züge mit 430 Sitzplätzen pro Zug. Das sind in Wagen 1 44 Sitzplätze, 1. Klasse, 54 Sitzplätze, Wagen 2 auch 1. Klasse. In der Wagen 3 hat 8 Sitzplätze, 1. Klasse, 2 Rollstuhl-Stellplätze, den Speiseraum mit 18 Sitzplätzen sowie die Küche. Der Wagen 4 hat in der 2. Klasse genauso wie Wagen 5 80 Sitzplätze, Wagen 6 hat auch 80 Sitzplätze, 2. Klasse sowie 2 Fahrradstellplätze, der Wagen 7 der Endwagen hatte nur noch 64 Sitzplätze, 2. Klasse. Viel Spaß damit. Der Ostoro ist so großartig, für die Länder Italien, Schweiz, Deutschland sowie in Österreich für die Strecken Lindau, Reutin, Sankt Margareten über Bregenz, Sankt Margareten, Bregenz, Innsbruck, Kofstein. Ältere,? Das war, wagen 4 Sitzplätze, in der Wagen 4-Falte e Kirkez. Das sind die Wagen 4-Falte und mit dem Stadok, in der Wagen 5. Klasse. Der Wagen 5. Klasse, 3 Mann 3. Klasse, 4 Mann. Das war, wagen 4 Sitzplätze. Das war wir F1-Falte und 30 Sitzplätze, über die Fasten 15 Sitzplätze, Die Kirkez die Klasse, das war da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020